wo habe ich jetzt mal eine eine kiste nur auf dem plot hier alles klar es geht um ein schafs vorne 1 unterstrich so ich habe das ja er schaffe scharf mbt 1 schauen wir mal den inventar ob das ist was du möchtest also kann ich ihm geben das geld es läuft alles über mich um wie viel geht es was hat mir jetzt gesagt denn 40 wie kann man wie kann man den plot chat p-chat p-chat unknown comment also p-chat so so hallo jetzt soll jetzt die 44.000 aber in den stream sagt er ja aber so ist es dokumentiert naja ja dann zahl mal 44k an mich am besten erst am besten erst ein dollar zahlen ok eumel hat die 44.000 gegeben an p-chat p-chat 1 unterstrich eums 1 griefer angekommen da sagt er ok p-chat 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 44.000 1000 joo dankeschön p-info vertraut verboten helfer kein oh danke für die probi was er hat mir 2k gegeben vielen dank na klar ja p-chat 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 2 3 mal rein ja vielen dank für den trade und danke dir für die 2k und bis zum nächsten mal danke dir Ja, okay, ne?